ja hallo youtube herzlich willkommen zu einem weiteren part von fallout 4 survival modus ja lang ist erst als ich gespielt habe ich muss mich auch erst mal wieder zurechtfinden erst mal wir sind krank fängt ja schon gut an leicht hungrig durstig okay haben wir ja jetzt sind wir dehydriert es fehlt uns wasser haben wir eine wasserpumpe gebaut ja da dann trinken wir mal hunger sind wir auch ja soviel ich weiß wollten wir endlich das mit mcready machen was haben wir denn zu essen genau wir wollten das mit mcready machen kochstelle haben wir jetzt nicht hier wie sieht denn unser inventar ich würde sagen haben wir das nicht letztes mal gemacht dass hier ein bisschen was wegpacken x transfer molotov cocktail kümmer welche weg party stadt brauchen wir eigentlich habe ich gar nicht so viel dabei ja stimmt ja da war ja was kann ein bisschen essen hier lassen oder wenn jetzt benutze ich gar nicht medex lukaceri psycho ja das nehme ich mal mit right away redix so viele excel ok ein bisschen sollten wir schon was zu essen da behalten ohne futter in der dose können wir hier lassen cram kann man auch hier lassen stein 20 raketen leuchtfackeln wofür brauche ich die habe ich eine waffe dafür wofür brauche ich die habe ich eine waffe dafür hallo ich gebe ihm er braucht 45er mal die Hälfte die 50er kenne ich gar nicht gebe ich ihm auch mal richtig, ich wollte dir noch was geben äh, Dogmeet hey hast du noch was? oh, er hat auch noch Raketen ja, dann kann er doch mal einen Moment welche nehmen Funkleitfeuerkram wer kann er nehmen und Atom was ist das denn? Atomscooter-Kugel so, hab ich die dann dabei ja komm traf mal ein paar Raketen sechs? nein Moment mein diverses oh, das hat ja alles kein Gewicht ich hab keinen Schrott naja, okay dann machen wir uns mal auf den Weg wenn mich der Hund vorbei lässt ähm ich nehm's in 4K auf wird Spaß macht nein äh zwei Leute sind da ja oder? nein, das wollte ich nicht zwei Leute es sind 0 wo sind denn die? hä? ja, das Gebiet ist so groß und umfangreich kann's passieren das wird die gar nicht finden Brambles alles auf englisch aber Essen ist im grünen Bereich halt ja ist halt noch keiner da der sich ums Essen kümmert ach, werden die schon machen okay wir wollen aber jetzt einmal kurz auf die Karte Markierung entfernen und Autobahnkreuz Mars Pike und danach gehen wir nach Goodneighbor genau das war mein Ziel okay ja und hier das Museum Jamaika Plan das können wir ja irgendwann mal machen wenn wir nochmal hier sind wir kommen sowieso wieder hier hin irgendwann zum Bauen und dann machen wir Jamaika Plan das Museum ihr seht ich bin ein bisschen desorientiert wir müssen in die Richtung Mercury rennt auch durch die Gegend du zeigst aufs Ziel und ich knall es ab ganz einfach eine Arbeitsteilung warum sammle ich Hutblumen oh da war ein Druck ich muss mal Uhr schauen okay wieder hat es gehangen also ich gucke mal ob das vielleicht die Einstellung kommt und Dogmeat auch ach da ist er schon die schießen auf irgendwas ich habe sehr lange darüber nachgedacht ich weiß wovon ich rede ach schön du kannst nicht einfach irgendwas zwischen zwei Brothälften stecken und sagen es sei ein Sandwich da wäre ein Brot ja theoretisch ein Brot Sandwich theoretisch ja aber du würdest es ja nicht auf einmal essen also ist es egal es kommt darauf an wie du es hältst ach sag doch was du willst Mann du hast doch Meierlöckfleisch zwar zwischen zwei Brothälften gesteckt aber das macht noch lange kein Sandwich und wie würdest du es dann nennen Winkelhaft so würde ich es nennen okay die treffen wir öfters ach nach so langer Zeit wieder Fallout spielen ach schön herrlich ich werde versuchen dass es wieder regelmäßig kommt nicht nur am Wochenende oder so dass ja ungefähr fast jeden Tag kommt aber mal schauen was die Zukunft so bringt ich probiere auch gerade ich probiere auch gerade ein anderes Mikro aus stehlen wer wohnt denn hier ach so vielleicht 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 später ich bin nämlich kurz vor Überladung und das muss er jetzt nicht sein kann sein dass ich es wieder auf 1080 mache ich schaue mir das jetzt mal an wie 4k aussieht wie es läuft ja es gibt immer so einen Hänger vielleicht mal eine Festplatte voll oder so irgendwie haben wir auch das Gefühl es ruckelt ein bisschen aber die Werte sind soweit ok so was nein sind wir denn bald da äh was ist noch stimmt Plünderer oder Gunner oder so Hörn McReady ach was würde ich denn sehen was wo wie ja ein sonst jetzt nicht stören wo da und da ja mir auch Hatten die was Brauchbares dabei? Ja, Fleisch. Können wir uns Filet heute Abend machen? Ach ja, ich sollte noch ein Bettausschau halten. Gehen wir über die Brücke. Was haben wir hier oben? Ich weiß nicht, irgendwas habe ich mit der Einstellung Probleme oder so? Pah. Irgendwo weggeschossen. Wieder, zack. Wieder. Okay. Zivilist, dieser Bereich steht unter unserem Schutz. Wir sind autorisiert, eine Gebühr von 2000 Kronkorken zu verlangen, damit wir dich durchlassen. Äh, Handel? Wie wäre es mit einem kleinen Preisnachlass? Naja, das steht mir zwar eigentlich nicht zu, aber... Für 1500 könnte es passieren. Komm schon, da geht doch noch mehr. 1000. Nimm sie oder lass es. Ich habe das Gefühl, dass du gleich eine Zahl sagst, die mir gefällt. 500. Was, wenn ich nicht zahle? Was, wenn ich nicht zahle? Du willst zahlen. Vertrau mir. Äh... Ich glaube nicht. Dann wohl auf die Haltetour. Wo ist denn noch einer? Schon erledigt, okay. Kann man nämlich hier speichern. Die Kampfrüstung würde ich ja schon gerne mitnehmen, aber ich bin zu voll. Oh. Superkleber. Oh. Meine Nase kitzelt. Okay. Hier kann ich nichts speichern. Dann... ...speichern wir hier. Und mir kribbelt meine Nase. Ach, wir haben Durst... Oh, haben wir was zu trinken mitgenommen. Nope. Hm... Nope. Na toll. Oh. Scheint sie aus! Oh. Das nenne ich mal einen bestätigten Abschuss. So beende ich den Part. Jawohl, ja. Und bedanke mich fürs Zusehen. Erstmal Daumen hoch, Kommentartipps und Tricks. War eine kurze Folge, aber es war eine Folge. Die erste nach langer Wehner. Und ich freue mich, dass ihr mich weiterhin unterstützt, indem ihr reinschaut. Also in diesem Sinne, adios.